Ja, herzlich willkommen zurück. Es ist eine neue Aufnahmesession. Ich habe das irgendwann doch noch beendet, weil es hat mich zu sehr gefuchst, dass das letzte Mal die Hoffnung, die gute Dame, gestorben ist. Da hatte ich eine Pause gemacht und dann irgendwann in der Pause so, nee, kein Bock. Ja, das war so das Ganze drum und dran. Jetzt sind wir hier, haben da die wunderbare Ausrüstung, einmal Baldoran. Sie hat den. Er hat 19 Rüstung, quasi 13, 11. Ich bin versucht. Machen wir das mal so. Dann das ihr geben. So. Ja, Intelligenzweise. Der Karzma ist umgeübt mit der schweren Rüstung. 18, jetzt 14. Ins Lage kann man nicht, kurze Rast haben wir nicht, Mist. Äh, die leichte Rüstung habe ich ja nicht mehr dabei. Der kann noch das hier bekommen. Äh, einmal sortieren. Wie sieht eigentlich das aus? Ja, das, Remante das halte ich jetzt, Kunstvolles Gewand. Sieht jetzt auch nicht allzu schlecht aus. Ich mach mal das. Ähm, das Schwert behalte ich. Das gebe ich mal rüber. Stab der Zauberkraft. Hm. Höllenhelm. Und kann nicht blind. Der Träger hat einen Bonus von plus 2 auf Rettungswürfel gegen Zauber. Brennender Blick. Das passt eigentlich zu ihr. Äh, nein. Krasser Helm. Sie ist halt auch ungeübend schwerer Rüstung. Ja, wegen der Rüstung kann sie das nicht, also muss sie das. Aber das ist dann doch bei ihr besser aufgehoben. Das ist schwere Rüstung. Das würde ich eigentlich ihr belassen. Gut, reden müssen wir per se nicht. Schutz, äh. Ja gut, in Schattenhüllen muss ich nicht. Spiegelbilder wäre das Einzige. Wegen der. Wegen der. Aber wenn ich den. Uns gebe. So. Dann Baldurans Helm. Ich seh die nicht. Habe ich es gar nicht rüber gemacht. Häh? Ich seh die nicht. Habe ich es gar nicht rüber gemacht. Häh? 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 Die Rüstung Aber das wäre mittlere Rüstung Schwere Rüstung Dann können wir das sehen Mittlere Werder gab es auch nicht geübt Ist halt ungeübt Hätte aber eine mittlere Da Baldurans Helm Hä? Stereo und so Aber dann würde er zumindest Kritsch Aber sie hat Aber man kann sie mittlere Rüstung tragen Ja Dann kriegt sie den Aha So Sehr selten Dann Schattenherz Der möchte nicht so Richt Dann ist sie Hat sie das Äh Ja Ja Das mit dem Dings Brennender Blick Das passt Soweit Bei ihm Der hat halt wirklich Jetzt Pech Mit Ausrüstung Aber gut Das ist jetzt Nicht schlimm Dann müsste ich bei dem Magierrüstung Theoretisch Dennoch auf ihn wirken Das ist ja so Wie eine Magierrüstung Dann wird er ja noch Eins bis vier Gleisenden Schaden Verursachen Was Nice Ist Die Theen Verängstigt Eine Kreatur Mit einem Bonus Von 1 zu 4 Er hat bezaubern Meinte ich Schlafen Person bezaubern Genau Genau Also wenn ich den Dann Passt das Das passt auch Dann können wir den So mal machen Wirken noch die Magierrüstung Auf ihn Dass Das eins bis vier Gleisenden Gibt Dann Gift Überziehen Dann würden wir uns Selbst noch heilen Zwei Pro Runde Genau Karla Du erhältst Stärke des Stiers Und deine Stärke Wird Wird um Zwei Bis maximal Zwanzig Erhöht Dann hat sie Stärke Neunzehn Was Nice Ist Acht Bis siebzehn Neun bis Zweiundzwanzig Das ist einfach Besser Als Dieser Doche Hammer Schwertchen Des Imperators Zwei Bis neun Sechs Bis elf Passt Äh Verschleiert Bin ich Nicht Genau Angriffs Für Für plus Zwei Das ist Auch Gut Bei dem Dann denke Ich Hätten Wir Das Also Bei ihm So Jetzt müsste er Theoretisch Noch Gleisenden Schaden Machen Jetzt muss Ich Warte mal Den Jetzt muss ich Schauen Habe ich Bei ihm Noch Den Ring Dran Segen Des Gestalt War Das Genau Dann müsste Ich Noch Nehmen Wir Nehmen Wir Wir Halb Elf Genau Dann hat er Noch Den Genau Plus 1d4 Auf Alles Das ist Sehr gut Äh Siegen Wäre Für Zehn Züge Also Das wäre Im Kampf Was Kann Sie Noch Schützendes Band Haben Wir Zehn Züge Das wäre Eine Konzentration Konzentration Konzentrations Zauber Segen Wäre Konzentration Deshalb Hat es mir Den Segen Wieder Weggenommen Dann würde Ich Segen Machen Aber Schutz Nicht Aber 3 bis 24 Ist Eben Schon Guter Damage Wahrscheinlich Würde Ich Dann Spiegel Bilder Könnte Ich Machen Und Dann Schutzgeister Beschwören 24 Das Ist Gut Und Gleisend Bei Unholten Auch Besser Kreuzfahrermantel Gleisen Ah Mist Das ist Konzentration Aber Das wäre Dann Auf Alle Dann Müsste Ich Das Machen Weil Der Auf Alle Wirkt Und Das Ist Immer 1 Bis 4 Und Das Segen Wäre Plus 1 D4 Auf Angriff Ja Wir schauen Gut Ich speichere Mal Jetzt schauen Da habe ich Alles ausgerüstet Da habe ich Alles ausgerüstet Habe ich Alles ausgerüstet Habe ich Alles ausgerüstet Ringchen Habe ich Bei ihr Nicht Mantel Habe ich Habe ich Habe ich Habe ich Habe ich Sie hat Nichts Soweit Nochmals Speichern Dann geht Es Jetzt In Den Kampf Was Ich Schon Verraten Kann Ich Hab Der Song Der Im Kampf Kommt Habe ich Ein Extra Video Wo Ich Diverse Sachen Zusammenschneide Aus dem Haus der Hoffnung Ist Ziemlich Gut Nicht Perfekt Aber Sehr Sehr Gut Könnt Ihr Euch Gerne Mal Anschauen Kommt Dann Wenn Wir Den Kampf Besiegt Also Wenn Wir Den Kampf Komplett Gewonnen Haben Kommt Ich Curse To Put My Hands On Everything Yep Time Slows For A Moment And The Air Becomes Thicker The Master Of The House Is Coming You There Are Many Things In Your World That I Loathe Litters Of Kittens Chattering Children The Noise And The Chaos Of It All In My World In My House There Is Order And There Is Decorum You Came Here Uninvited And You Stole From Me In Doing So You Brought The Chaos Of Your World Into Mine I Will Not Abide It Euer Haus Ist In Unordnung Die Wachen Konnten Mich Nicht Daran Hindern Hoffnung Zu Befreien Ja Ich Hab Das Letzte Mal Etwas Anderes Genommen Ja Gehen Wir Mit Dem Ersten Dies Mal Sister Oh Sister Ich Wept Und Ich Wept Aber Alles Wäre Gut If You Were By My Side Oh Hope You Are Such a Piteous Thing All It Takes Is A Crumb From The Table And You Forget The Centuries Of Starvation This they will save their world and smash you to smithereins Es ist diese Charme-Naivete, die für deine Kompanie ist eine Freude für mich, Hope. Ich werde sogar sogar diese kleine Rebellion geben, wenn du schütztest bist. Das ist nicht eine Rebellion. Es ist eine Revolte. Ich bin Revolte! Dann Hope dies heute. Kommander, du kannst ein Trophäe von diesen Insekten, wenn ich sie fertig bin. Diese Insekten haben mich unter den Shadowlands geschlagen. Sie sind wertvolle Opponenten. Seine Schäden werden gute Trophäe machen. Wir können sie jetzt nochmals versuchen. Oh, ne. Komm, einmal. Ja, 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 ja. Will ich es nochmal? Ja, komm. Okay, es möchte einfach Nein. Jetzt haben wir noch einmal. Also wenn das letztes Mal auch falsch ist... Und ich habe nicht gespart. Und ich habe nicht gespart. Jetzt bin ich von mir. Ja, ich sag dir, dass du es nicht gut fühlst. Ich sag dir, das ist nicht gut. Ich sag dir, dass du nicht gut fühlst. So, den Song habe ich gemeint. Und... Dann mit denen. Eins, zwei, drei. So, Kalak, du hast ja so einen wunderschönen Hammer. Mit dem, bitte. Oh ja. Von da hat er ja das letzte Mal ziemlich sich dann sogar noch irgendwann weiterentwickelt. Also müssen wir das so gut es geht verhindern. Boah. Die ist schon fast tot. So. Also mit den zwei schaue ich, dass ich mal hier unten ein wenig aufräumen kann. Oh ne, betäubt. So. Dann gibt es nochmals ein wenig Bonus. Aber man kann nicht... Magische Waffe... Ist ne Konzentration. So. So. Dann mache ich das, dass ich überhaupt schon mal die... Jetzt nur noch 24. Also das wird... Ist nice. Bezaubert. Nice. Und dann geht sie auf den... Knurr. Bezaubert. Nice. Sie müssen hier heilen. Heilen, 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 heilen. Heilen, heilen, heilen. Für 10 Züge, aber wie gross, wenn ich ein klein wenig, hier rüber, Stereo ist dennoch nicht. Für eine Bonus-Aktion, und das ist eine Aktion. 1 zu 20. Nein. Ja. Wenig noch. Ja, jetzt haben wir alle. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist jetzt eine Konzentration, also darf ich nichts machen. Jetzt gehe ich da dazwischen. So. Magie Rüstung. Und dann heilen das Wort. So. Einmal machen wir das. Ne, warte mal hin. Aber man, das kann ich mit einem 2er machen. So. Dann bei ihm mache ich auf die. Sehr schön. So. Einmal. Ah, ich hätte auch Dings machen können. Und zwar. So. Jetzt wäre er eigentlich. So. Ah. Sie gehen zämtlich auf. So. Also. Dann würde ich. Woh. I. Was. Oh. 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 Das wäre jetzt natürlich hier schön Das rein zu zwiebern Bringt aber wahrscheinlich wenig 30...85...85... Zu 100% 3 bis 30 Kiwon Shan zufügt, die den Strahl betritt oder ihren Zug darin beginnt Du kannst eine Aktion nutzen, um den Strahl um 18 Meter zu bewegen Wäre... Oh, das wäre natürlich geil Aber dann wäre... Okay, das wäre aber Konzentration Ich würde... Bei ihr das machen... Sie braucht schon einen... Grossen, ne? Oder wann kann ich... Wann mal... Werfen Ja, wenn ich das von... Asterion... Genau So Und dann... Werfen So Dann... So Noch den Ruf die höchste Not die Gottheit an Sie wird nur ein einzigen Mal dieser... Ja, aber was macht sie? Ich speichere jetzt mal und dann möchte ich mal sehen, was das macht Göttliche Auferstehung Göttliche Auferstehung Ketzer einäschen Grosszügigkeit 25 Eher zu Ja, dann würde ich den noch... Bewahren Werde ich da... Nein So So Und dann... Fehlschlag Aber war mir... Wichtig Dann... Dü-dü-dü-dün Wichtig Wichtig So Oh Wichtig 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 sehr nice, konnte ich mich so befreien, kann bis hier hin springen, trotzdem, dann bin ich nämlich schon dort drüben, ja jetzt ist es halt Acerion, natürlich verwandelt er ist oh, damn, jetzt ist es so so der kriegt noch den das ist der schön hat widerstanden? das ist nicht gut echt jetzt? die ist schon am verrecken das ist schon mal gut hat widerstanden dann beschweren und regenerieren wunden heilen wenigstens etwas wer hat am wenigsten? der hier können wir wäre eine Aktion wäre eine Aktion wäre eine Aktion die 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 若 ich bin dämlich Ich... Ähm... So. So. Kann ich... Äh... Das wäre nur bei mir selbst. Kann... Werfen kann ich nicht, ne? Ja, den Schild hätte ich eigentlich behalten sollen. Äh... Trink mir einmal den Schattenherz. Genau. Dass der... Werfen kann sie den nicht. Der Schild ist... Okay, schon mal... Der Schild. Der Schild. So. So. Der Schild. Ähm... Werfen... drin. Das kann sie nicht. Ah... Hilfe. Hmm... Hmm... Du... Detektiv... Und... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt hat sie... ... 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 dann ist der auch schon mal zu einem guten stück weg ja 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 So, welcher ist? Der ist weniger. Der hat sich wieder ersetzt. Zu 100% aber negativ. So, das Anweis auch gerade rüber, so weit es geht. So, 18. 18. Ah Mist, jetzt habe ich den vergessen. Wenn der das jetzt überlebt, gut ab. Ich sehe ihn auf die Wand. Geht schon da rüber. Jetzt ist der, der geht wahrscheinlich auf das Therion. Gut, aber dafür hat er es gerade selbst zu spät. Ja. 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 Das ist ein kritischer Fehlschlauch. Alter, das ist so... So... Was hat sie... So... Okay... Dann muss ich... Er hat schon hier... So... Nein! Nein! Mist! Wunden heilen... Wieder bitte... Ah... Fiese Dreck! Fiese Dreck! Das sind alles Aktionen... Mist! Warte, dann mache ich aber... Massen Wunden heilen... Und zwar in der stärksten Variante... Wunden heilen... Und... Werfen... Auf mich selbst... So, dass wir möglichst gesund sind... Dann... Geh hier hin... Dann speichere ich mal... 15... 5... Sie versteckt sich... Hinter Schattenherz... Äh... Der... Kriegt... Getränk Hysterion... Und... Noch... Werfen... Äh... Das... Hm... Werfen... Hier hin... So... Dann ist er durchaus... Mit ein paar Lebenspunkten... Mit ein paar Lebenspunkten... Nochmals... So... 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 Boah... Drei Kielschläge... Und sie ist wieder... Tot... Deswegen... Ja, natürlich... Wie... Mach ich... Das... Ne... 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 ich müsste eigentlich werfen aber dann werde ich zoll zoll so was abgetrennte ziele rafael kann vier seelen für einen mächtigen zauber verwenden fuck äh seelen schnee da fuck deshalb ist die karlach mir auch wieder gerade umgestorben aber 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 wie kann ich dann verwandlung scheiße 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 ja ja Die Welt ist vorbei. Das ist ja... Leben erhalten... Intervention, goldene grosse Gottheil, um dich schatzen, tränken. Auf einer Gottheil an, da metzi eine legendäre Waffe gewährt, geschmiedet im Feuer der Heiligen Bindu. Die Hoffnung verbannt einer der umgebenden Gäste für immer aus ihrem Haus. Göttliche Intervention. Also im Kampf ist sie... Mau. Oh. Uhhh. Göttliche... Göttliche Intervention. Gebe ich hier... Die Höster sich hieran... um oh no Ich kann mich nicht Try me. Nein! Bei ihm. So. Okay, jetzt. Bei ihm. So. 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 hat sie jetzt immer noch abgetrennt in der serie wie ist er wegen allem immun oder so das bringt mir doch nichts der zieht ja dann sofort wieder alles ab was ist denn seelenwiederherstellen windet einen zustand das wäre das zum beispiel wer hat das das hat niemand von mir so dann hat sie wenigstens etwas mit ihr gehe ich da so ein wenig hinter die säule ja 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 so den haben da muss ich schauen ob ich bei wem irgendwer noch bauen reinnehmen kann das ist das ist der wievielte versuch war das der vierte fünfte zauber den bräuchte ich fluch brechen so den rein wir behalten was ist das leid kann ich das leid wenigstens das drin sieh nicht, das war mir irgendwo durch bewusst so, dann haben wir nochmals das